Genü Einfach sind ja lauter Zombies an dem Sumpf Was denn hier mal passiert? Mit dieser Betonung, oder? Jetzt kann ich dich jedes Mal töten Du mal Alec, nein, du mal Alec Ach, nicht mehr Oh, ich kann mich trappen lassen Ja, du wurdest nicht getrappt, weil es dich trappt lassen Ich finde das gut, man darf dem Gegner kein Skill zuschreiben Ja, das ist meine Einstellung zu der Welt So lebe ich die Welt Wie lebe ich sie? Ja, zu mir Gute Ausrutscher Ja Okay, ich hab die Bitch Blume Ich hab da hier ein Assel Ne, jetzt doch nur dieses Quest Okay, haben sie jetzt auch Nun... 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 Würde ich ja am Boot organisieren Ugh Mit dem kann man noch weniger weit, selbst wenn es fahren könnte, das fassen würde einfach nicht. Aber nur weil du mit deinem E-Leg drauf kommen würdest. Flüpp da ruhig, hier im Boot, flüpp! Witch Hill Queens, mhm. Weil er auf den Gegengestammt ist. Ich habe einen Fakke, oh, hat man kann ihn hier benutzen. Oh, was passiert jetzt? Ist schon was passiert? Oha. Mach das. Guck mal, das saugt dir leichter. Jetzt lebt er wieder. Seine Seele wird in den Frosch, ne du nicht. Oho. Jetzt hält es. Was sagt er da? Ich kann es nicht lesen, wie in deinem Namen es zurückgeht. Oh nein. Dieses Land gehörte mir schon lange bevor er bemitleidenswertes Volk hier fußt. Wer sich hierher wagt, ist mein, ihr seid da keine Ausnahme. Tot. Vielleicht weiter nach... Oh mein Gott. Er ist in der Luft erstarrt, Scooby. Weiß ich, oder? Er ist ein echter Gack gewesen. Was für eine scheiß Fresse, ey. Jetzt hier so... Ich so... Ich so... Wenn er niemals damit gerechnet hätte, hätte ich überhaupt nicht zuhören. Was ist jetzt mit dem Dunstein passiert? Was ist jetzt? Oh Mann. Mein Leben ist so sch... So schlecht. Jarl. Och Jarl. Es ist aus Stein. Man kann das essen. Ich bin über Fröscheplobber. Wirklich mal. Wirklich mal im Nirgendwo. Schau. Den Spot hättest du dir nicht unbedingt besser aussuchen können. Verlose. Schieb. Oh, das ist großartig. Der. Siehste, das Boot ist das Portal zum... zum Kathedralenplatzkloster. Zum Kathedralenplatzkloster. Wo ist sie in dem Körper? Da kommt ja auch halt die Klappe. Oh mein Gott. You guys, hier sind Leichen. Ich weiß nicht, ob ihr das gefällt. Gib dir einen Eifener. Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Ich hab Stimmen gehört. Weiß nicht, was bedeutet. Falsches Back. Falsches Back. Falsches Back. Falsches Back. Du hast eben in Elementar gequestet. Mhm. Und keinen Damage gemacht? Na. Ähm. Dann hab ich doch Damage gemacht. So, okay. Nicht genug Mana. Weil ich hab gerade um... gedingsert. MB, please. MB. ? Das ist es das Programm. MB Präsentiert. M... Mmb… Summit few hours lid at. Was ist die Album? M-M-M… Be slight. Mm…… Wo ist die Album? Warum ist er da vorne? Warum ist er fast tot? Boah, sie ist so hot Boah, nein, Kohle Ich hatte dich Vier Schon gebrochen, ne? Nein, Slon Ich hätte nicht echt mal warten können, ey Aber in der Nacht にいる sich vorbeigehen Aber man kann man kann Vielen Dank. Aber das ist auch noch mal geschafft. Wenn ihr nicht zwei kreist eben noch. Ah da oben. Da oben ist eins. Hm, alle denken jetzt, dass so ein so world-known Weg ist in Shang Tsung. Dabei ist er das gar nicht. Nam 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 nam. Froshock. Everything you need is Cas Bro's Rock to win. Ich hab's nicht so überzeugend vorgetragen, das stimmt. Na, ich fand's schon gut. Du gibst mir immer diesen Unternehmungsmut Ich hab den Tank versterben lassen Nicht die Tür aufmachen Schamane, sei nicht dumm Ich mach die Tür auf Jetzt sehen jeder der Schamane was Incoming Incoming rain of fire In the rain of fire In the rain of fire Nope, he did it. Mm-mm. Mm-mm. I didn't. Where's she put it, sir? Totem der Macht. Wusstest du, dass wir zwei Warlocks hier haben? Ja. Wer kann schneller live tippen, hm? 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 Ja. I need a boob. Ja. 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 Das war's für heute. Das ist der Kapellengarten, hey, Kapellengarten, hey. Oh, der Kapelle. In the morning, oh. Weißt du, wenn man nicht castet, macht man so Damage. Und wenn man castet, ist das Ziel totgeforsam, komm. Das wird in der Arena besser, ne? Oh, es sieht so aus, ups. Ne, was? Oh, du hast gepullt. Vier. Hm, so voll gegen die Säule gerannt. Noob. Außer, wenn man durch sowas noch extra Damage kriegen will. In der Arena dann so Lucky 4 ist immer noch. Wo ich so Effekte eindenke. Knöchel verstaucht. Lauftem um 30% reduziert. Wenn dann darunter fällt auch nur so eine kleine Stufe. Wie bei diesem, äh, wie ist denn das? Die Gilde oder so, die Gilde, irgendwie? Ja, die Gilde. Wenn man da aus sich ist, sonst was haben kann. Auch die Pest, aber auch weniger dramatische Dinge. Die Pest kann man ja sogar heilen, mit diesem, gegen so ein Wasser, glaube ich. Ja, das hat dann noch nie funktioniert. Ich hatte ja mal auf dem Markt so einen Trank geworben, der mich angeblich von sowas befreien konnte. Ich glaube, du hast so einen Schallertan-Ding. Ja, glaube ich auch. Aber es geht wohl, es geht irgendwie. Bei einem richtigen Arzt. Ich war beim richtigen Arzt, auch mit. Ich habe ihm den Trank doch gezeigt. Und, äh, der Steinwegte ist gegen die Pest? Mhm. Gegen Pest, Libra und auch irgendwas. Ach. Fate braucht das eine Zeit, bis es wirkt. Ich konnte es nicht trinken, Kohl. Ich habe keine Benutztenfunktion. Dann über Duffli das Problem. True. Deswegen bin ich mit dem Ding zu Arzt gegangen. Ich glaube, zu Harro bin ich gegangen. Er hat ja so einen Laden geführt. Das war vielleicht der Fehler. Äh, äh. Das war schon witzig. Achso. Ich versuchte, den Banditen-Hideout wieder kaputt zu machen. Kurz ein wenig Streis mit Kohl, dass es Leuten gab. Aber nichts, was man nicht klären könnte. Von dem Spiel könne ich mal den dritten Teil verprachen. Aber die bauen ja echt immer nicht die Spiele, die wir wollen. Sind echt nicht interessiert von uns, oder? Ich würde auch gerne so eine, so eine Wildlife-Survival-Simulation. Kannst du dieses Wulf-Spiel da von der Nase spielen? Das ist keine Survival-Simulation. Doch. Du musst überleben. Mit einem fucking Wolf. Die überleben immer, oder was? Das ist doch Pussy-Mail. Grafik war ganz schön. Aber... Das war es auch schon. Ich meine, das ist so, wie drücken sie A, um zu überleben. Ja, okay, ja. So etwas suche ich nicht. Zubi ist ja auf der Ton, aber es ist ganz speziell. Wie war es schwebt dir denn vor? So ein Survival-Innerwild? Ja, so ein Survival-Ding in der Wildnis. Das ist der Fall. Was hätte ich darauf gebracht? Weißt du, ich hätte gerne so ein Ding wie dieses alte Ding damals, wo man auf so einer einsamen Insel war. Nur, dass ich nicht unbedingt auf einer einsamen Insel habe, sondern es ein bisschen zu realistisch sein soll, so Star-Off-mäßig, so. Welche meinst du denn? Ich habe mal ein Game-Beispiel. Das ist Lost Kids oder eine Stranded Kids oder so. Nein, das war ich nicht. Ich glaube, das Spiel heißt Stranded. Das war so ein 2D-Spiel. Ziemlich shitty und so. Aber war lustig. Also mein Game-Beispiel war auch zweit, ey. Das war gruselig. Weil man findet in seiner Hülle ein Skelett, wo ich war so klein. Also Colter hat ewig gebraucht, bis er sich ein Handy angeschafft hat, ne? Aber sein Game-Beispiel war ja im Allerheiligst. Aber Colter wird vielleicht öfter aus der Familienfeiern hingeschleppt. Das könnte sein, dass er deswegen eine so starke emotionale Bindung zum Game-Boy aufgebaut hat. Aufbauen müsste. Das ist das nicht deine Familie. Oh, Totem der Erdung. Ich habe nichts Neues bekommen, ne? Ne, oder? Ich habe nichts Neues von der Erdung. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Das war's für heute. Mhhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm Ich hab hier alles geschafft. Was soll ich in Polen? Polen? Was ist in Polen? In Polen blitzt es öfter mal? Ja, die so schnell fahren. Ja, aber nicht in Polen. Was anderen? Die deutschen Panzer. Ja, jetzt! Cooler Fallschimmer, wenn man ihn mit sowas nochmal überraschen kann. Die tückische Grotte. Oh, verdammt. Oh, oh. Ich geh hinter diesem Altar in Deckung. Man hat mich auf den Tester gestoßen. Mann, ist der Tank sowieso so dumm, dass er hinter einer Ecke denkt. Oh, shit. Und die Dots töten sie. Oh, ne, geht auf 1-HP-Runde. Ah. Ja. Ähm. Ja. 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 Das will wohl jeder. Oh, nice. Very nice. Okay, Quests gibt's noch. Quests gibt's noch. Wie gibt's noch? Gibt es oder gibt es nicht? Nichts. Ich kann mich nicht in den Wolf verwandeln, ihr Geist. Muss ich auch nicht, ne? Muss ich nicht haben. Ich buff mir um unendliche Art, ne? Ich hab ja Zeit hier, ne? Und hier ist ja auch Wasser und Stuff. Was? Oof. O-o-o. So. Okay, go to the lesson. Oh my God. Blablumblam practicum. Duh du du. Duh du 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 du... So. So mode start you. Ich bin auf den Fernse herなんです. Okay jaice lang. Boah, Scholo ist freigeschneidet. So früh schon? Mhm, so früh ist gut, wir sind schon achtmal, also nicht. Wo wollen wir hin? Ich weiss da abgeben im Süden. Ähm, Defy ist in Düstermarschen und in Theramortus liegen, oder was? Mhm. Jo. Vielleicht gibts da dann F-F-F-Follbegräß? Oder bist du jetzt ein Boy, weil du dem Alec nicht mehr traust? Der Alec hat mich schon so oft verarscht. Mhm. Mhm. Mhm.